Ihr Schlüssel zum Erfolg? Mit der Sonderausstattung BMW Digital Key können Sie auf kompatiblen Android-Smartphones einen Fahrzeugschlüssel einrichten. Zum Beispiel auf der Samsung Galaxy S21 Familie oder einem Google Pixel 6 oder 6 Pro. So lässt sich Ihr BMW verriegeln, entriegeln und starten. Um den Hauptschlüssel für Ihren BMW zu erstellen, benötigen Sie eine BMW ID mit einem verbundenen Fahrzeug. Schließen Sie die Einrichtung bei eingeschalteter Zündung ab, bevor Sie die Start-Stop-Taste drücken. One, two, check! Beide physischen Fahrzeugschlüssel müssen sich im Fahrzeug befinden. Soweit, so gut! Sind Sie in Ihrem Fahrzeug in der My BMW App mit Ihrer BMW ID eingeloggt? Perfekt! Nun erstellen wir Ihren Hauptschlüssel. Das läuft bei Samsung und Google Smartphones gleich ab. Wählen Sie in der Fahrzeugansicht BMW Digital Key und tippen Sie auf Digital Key einrichten. Kurz bestätigen und weiter. Tippen Sie auf Kopplung starten und folgen Sie den Anweisungen. Legen Sie Ihr Samsung oder Google Smartphone in die Smartphone-Ablage, bis die Kopplung abgeschlossen ist. Die Aktivierung startet automatisch, wie auf dem Zentraldisplay zu sehen ist. Nach erfolgreicher Aktivierung Ihres Digital Key erhalten Sie eine Benachrichtigung. Alternativ lässt sich der Digital Key auch über den Link in der Aktivierungs-E-Mail einrichten. Sie erhalten diese, nachdem Sie Ihren BMW in Ihrer My BMW App verbunden haben. Einfach auf den Link tippen, um den Hauptschlüssel einzurichten. Folgen Sie den Schritten auf Ihrem Smartphone und dem Zentraldisplay, um den Digital Key zu aktivieren. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen. Vielen Dank.